Es gibt Italiener, denen gefällt es, wenn ihre Töchter mit einem Agadist Beziehungen haben. Und andere nicht. Wie wird das? Anwahl ist prozentual abgezogen. Und äh... 3.000, also 2.000 Euro. Und dann muss man die Töchter durch. Nicht nur die Töchter. Nein, nein, nein. Die Töchter mit. Nein. Nein, nein, nein.